Sailor Moon German Im Namen des Mondes informieren wir euch Eine Rose Eine rote Rose Eine weiße Maske Zylinder Und schwarzer Anzug Das sind die Markenzeichen des maskierten Retters in der Not Zahlreiche Male hat er die Sailor Kriegerin, allen voran Sailor Moon, gerettet Wer könnte das sein? Richtig erraten! Mamoru Chiba alias Tuxedo Mask Wie sich das Leben mit einer Maske anfühlt, kann ich als Synchronsprecher nur nachempfinden Deshalb wird es auch für mich Zeit, diese abzulegen Ich bin Dominik Auer und habe Mamoru Chiba ab der zweiten Sailor Moon Staffel meine Stimme geliehen Am 19. und 20. Juli findet in Frankfurt am Main der Cost Day statt Dort stelle ich mich in einem Frage- und Antwort-Panel euren Fanfragen und gebe eine Autogrammstunde Doch das ist noch längst nicht alles Sailor Moon German organisiert im Rahmen dieser Convention ein rundes Rahmenprogramm Weitere Infos dazu findet ihr auf www.costday.de und auf www.sailormoon-german.com Zu diesem Event lade ich euch im Namen des gesamten Sailor Moon German Teams ganz herzlich ein Und wenn ihr das verpasst, habe ich leider keine Rose für euch Ja jetzt